Jetzt musst du erst mal Brinn helfen, ist ja klar, der haben wir nämlich schon lang nicht mehr geholfen. Und dann, wenn wir den Kram mal alles mal fertig haben, dann können wir mal eine legendäre Mission ballern, jawoll. Die Bremsstirne. Die Bremsstirne. Die Bremsstirne. Die Bremsstirne. Hi, Brinn hier. Hi, wissen Sie wohin Ihre Sentinuts wollten? Im Primborium. Im Primborium. Ein großes, weit von voren entfernt. Ich schicke Ihnen Ihre letzten Koordinatoren. Auf die Schulterstrahlen. Ich hab immer noch nen Ladescreen. Ja, wir warten ja auch auf dich. Ja, der tut ewig lang rum. Damit du wieder einen, was den richtigen Weg gefunden hast, kann das sein. So. Ab geht es. Hallo? Beoseinaziline ist beigetreten. Ja, Leute. Aber das hat nichts gemacht, weil ich hatte die Mission nicht schon. Also lag das mal wieder an jemandem von euch. Ich hab nicht. Ich hab nicht. Eieieieiei. 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 J cuántse schwind Dit. Eieieiei. Eieieiei. Eieieie. Eieieiieieiei. Eieieeieiieiiei. Eieieien. Die Skarmester sind zerstört! Ein Glück! Das ist eine Kombo! Nicht zu spät, gleich gegrüßt! Ich laufe jetzt mal rein. Ich muss leider nicht mehr los. Ich frag mir, wie die ganzen Fluglinien das überstehen sollen. Ich glaub. Ich glaub. Ich glaub. Ich glaub. Was heißt denn? Die können doch nicht alle pleite gehen. Dann kann ja keiner mehr fliegen. Wieder. Drei. Noch ein Sniper hier. Oh ja. One, Echt. Zwei. T-T-T-T-T. Zwei. Zwei. L Fuß. Zwei. 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 sehr schön ist es ich habe einen Marker gefunden sie sind lebendig entkommen und haben eine Spur gelegt gute Ausbildung der großen Pfote des grauen Klauninchen sei Dank okay ich habe ihre nächste Position das ist sehr weit von voren fährt ich weiß die Ska die das Relikt entwendet haben haben es bis hierher geschleift man könnte meinen sie wollen was vor uns verwerben alles ruhig hier Das ist so top. Ein zweiter Marker, Bryn. Ich hatte mehr auf Hunde in Sentinel-Form gehofft. Aber auch gut. Warten Sie. Ich weiß, wohin das führt. Zu einem alten Bergwerk. Ein verlassenes. Schon unterwegs. Primärische Komponenten. Der Farm-Boy ist hier unterwegs. Der Steinumdreher. Vorsichtig. Oh, hier ist auch noch was vor. Was haben wir versehen jetzt? Eieieiei. Der nichteneingang sieht wie ein Kriegsgewicht aus. Das wird sich bitter, ne? Die Ska haben den Mineingang verbarrikadiert. Sieht frisch aus. Sehen Sie sich nach Sprengkörpern hoch. Ska haben immer welche dabei. Verstanden. Die Ska haben die Ska haben. Ich habe eine Bombe gefunden. Habe ich es Ihnen nicht gesagt? Ja. Bringen Sie sie zur Barrikade. Red, ich bereite die Bombe vor. Bleiben Sie in der Nähe, bis sie scharf ist. Die Kerbe werden nicht erfolgt sein. Wir müssen jetzt hier eigentlich mal mit Hofbomben. Ja. Weil wir wieder so einen Gebiets beschützen müssen. Ja, ja. So. Und dann geht's. Ja. 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 Scheiße. Und jetzt? Das war natürlich schwach. Team Respawn. Ja. 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 Die sind absolut fehlgeschlagen. Echt? Ich habe eine Bombe gefallen. Hab ich es Ihnen nicht gesagt. Scar, bringen Sie sie zur Barrikade. Ich bereite die Bombe vor. Bleiben Sie in der Nähe, bis sie scharf ist. Scar, werden Sie nicht erfreut sein. Oh Mann. Ja, genau. Oh Mann. Oh Mann. Wow. Das war's. Das war's. Ja, wir fighten hier noch grad ein bisschen. Wir machen grad noch ein bisschen auf, um dabei zu kommen. Oh. 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 Markus, hol ich mal da rein hol ich Markus, bleibt liegen die Bombe ist scharf! gehen sie außer reichweite soll jetzt ein bisschen absteigen halten das hat gereicht, Barricade ist zerstört großartig, rein in die Niveau gut, jetzt kann der Niveau die Mandibel da war vorhin Mandübel der Mandübel der Mandübel na, Grimm geht es ihm gut? haben gegen eine Menge S.G.A. gekämpft glaube nicht, dass jemand überlebt hat wie geht es ihm? können sie ihm helfen? oh, rauke nein das fliegt raus Adi ist raus vermutlich und sie suchen nach 6 Sentinels wenn sie sonst etwas finden dat ist doof Sentinel Bar, können sie aufstehen? ja ich hab was abbekommen, aber ich komme mit ihnen sind sie sicher? Freelancer ich muss meine Leute finden Freelancer wenn die anderen Sentinels tot sind können sie die Signer einsammeln? natürlich und da kommen Gegner wir waren immer mit hier geht einiges ab heute ah ah, Adi ist wieder er kommt wieder rein ich meine, der hat auch was sind das für Laser die hier abgehen was ist das in der Mitte? das ist das macht schaden ein die die Oh. Oh. Wie kann ich noch nicht ... Ah, jetzt. Ich will einfach in Marcos. Okay. Verstanden. Okay. oh god Ich habe noch einen ihrer Sentinels gefunden. Okay. Ich bin ein Freelancer. Ich bin ein Freelancer. Ich bin ein Freelancer. Das ist kein Problem. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und dann hat er wieder eine gute Kombination. Das ist ja NIEES! Ich werde mich bei ihnen, wenn ich ihn finde. Muss man durchgehen? Oder auch nicht? Dankeschön! Ich habe mich geopfert, dass sie durchgehen können. Du kannst nicht aufheben, wahrscheinlich schon verbraucht. Aber ich kann respawnen, ist wurscht. Ich komme nach. Jetzt noch. Was? Ist das ein Wurs ist? Ich bin auf Fluchbein, jetzt bin ich. Ah, okay. Okay. Oh. Warum ist dieser Wursix noch immer am Leben? Er hält was aus! Nicht nachlassen, Finanze! Sie zwingen den Wursix in die Knie! Das hoffe ich wirklich! Ich habe dich! Hobsala. Das geht sehr ziemlich! Und jetzt, wo sie wieder durchatmen können, sehen Sie eine Strecke in den Sesselnuss? Ah, das ist ja nicht alles. Hier ist irgendwie eine Blase, aber ich kann nichts anwählen aktuell. Jetzt. Also denn, wenn Ihre Sentinels es nicht eingedämmt hätten, wäre die Lage weitaus schlimmer. Ja, das stimmt. Das war's dann. Gute Arbeit von Ihnen. Tut mir leid, dass ich den letzten Sentinel nicht finden konnte. Vielleicht ist er entkommen. Dank Ihnen konnten wir Darian retten. Die anderen können jetzt in Frieden gehen. Ich muss einige Dinge regeln und einen vermissten Sentinel finden. Machen Sie's gut, Brim. Sehr schön, sagt von Markus auch ins Feld. Hm. Sehr, sehr schön. Ja. Eieieiei. 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 Das gibt eine Abmahnung, glaube ich. Ja. Ich glaube, ich auch. Ja. Ja. Ich werde es morgen, stehe auf, dann trinke ich einen Kaffee, dann scheiße. ... und dann steht er auf. Pfff. Das ist so geil. Ja. Oder erst trinke ich einen Kaffee, dann scheiße und dann stehe auf. Ach. 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 kinder und er war von der fliege ja ich habe auch meisterhaft und zwar sonstigen der anerkennung der vernichtung garethos gegenschlag ich habe tatsächlich fünf dinge liegen der anstecknadel der standhaften meisterhaft bittere ente na dann so gut nach